Ja? Kannst du das mal bitte aufheben? Warum ich? Weil du näher am Boden bist. Sepp? Ja? Kannst du mir kurz helfen? Achso, du kommst dir gar nicht hin. Sepp? Kannst du mal kurz aufstehen bitte? Was machst du? Ich finde mein Genial nicht. Ja, ein Meter ist schon, oder? Seppl? Seppl, komm doch mal. Ja? Ich habe ein Geschenk für dich. Ja? Ja. Schön. Und wenn du es findest, kriegst du es. Ja, wo soll ich suchen? Mit heiß-kalt oder so? Nee, ich verrate es dir sogar. Es ist da oben. Wo kommst du jetzt? Wir wollten ja hier dieses Filmchen machen. Ja, ja. So, jetzt. Weil du mit drauf bist, wird es dann ein Kurzfilm. Weil du mit drauf bist. Nein, Breitband. Jetzt sind wir endlich mal unter uns, gell? Also, gell? So, da bin ich. Servus. Also, fangen wir an. Einfach hier drücken, wenn man uns abonnieren will. Genau. Wolltest du auch noch was sagen? Ja. Da drücken. Mhm. 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 Vielen Dank.